Hallo, herzlich willkommen hier bei Saints Row III Remastered. Heute machen wir weiter mit DSC Ganky Boy 7. Erstmal an Leute abschauben. Ich bin der Mann. Sie sind. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Wann ich? Wann ich? Weich? Ja. Sexy Kitzchen wohl Ergasmus Wann ich? Ja. 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 Das war's für heute. Was ist das? Oh, das passt dann abkürzend. auch schön Ich darf das mal in den Wind verteilen Geh, 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 Geh Geh, 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 Geh Geh, 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 Geh Geh, Geh, Geh Geh, Geh Geh, Geh 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 Ah nicht abgeholt Oh ja! Oh, das... Das war nicht von einem Restaurant, per seh. Das ist gut. Ich habe Reservations da morgen. Du auch? Dann bleib dich weg von der Beobachter namens Karen. Wer fühlt sich da? Jaaa Noch mehr 100.000 Schade Was wäre es? Sexy Kitten wohl Rasmus Du hast noch mehr von der Aktivität Sexy Kätzchen und Vorgasmus Feige Scheiß Schau auf deinen Karten nach dem Ort Ah Ist ein Genki wie er Schade Ladies and gentlemen, welcome to Professor Genki's Super Ethical Reality Climax. If you like blood and mayhem with your game shows, you're in the right spot. Today's contestant is no stranger to anyone. That's right, Zach. After rising to fame as the leader of the Saints, our contestant has come to Steelport and into the Genki Arena. Well, whether you love, hate or downright love the Saints, you have to respect this competitor. When it comes to destruction at the end of a smoking gun, this is a true pro. That's right. Die Verloh Jej Mannes Und du Ich bin Ja, ich bin Ich bin Winnen Now for our Genki and wrestling fans, we have some good news. Bobby and I will be ringside live at Murder Brawl 31. That's right, Zach. What would Murder Brawl be without the two of us providing the blow-by-blow for those at home? Or without its biggest star, Eddie Kilbane Pryor, who will be returning to defend his long-standing championship title? Do you think Kilbane could take on Professor Genki's super-ethical reality climax, Bobby? There is no question concerning Kilbane's toughness. They can't handle a gun? And that triggered the present! And that concludes this round of Professor Genki's super-ethical reality climax. This was exactly the kind of performance we expect from a ganglord. It was a focused campaign of bloody ruthlessness. And that's how we like you, Zach. And that's how we like it. Let's move on to Miguel here. Professor Genki... ...and that's how we like it. ...and Lucianos... ...the CX-Controller... Du hast mehr von der Professor Genki-Altinität vorigeschaltet. Sehe auf deine Karte nach wo du sie finden kannst. so das war's für heute zum nächsten mal es war zunächst mal tschüss, goodbye, euer Herr Gamer-Logu